Josef von Eichendorff hörte eine Stimme. Geh du auf einmal hinaus in die Welt und erwirb dir selber dein Brot. Nun, wenn ich ein Taubenwitz bin, so ist es gut, so will ich in die Welt gehen und mein Glück machen. Sei nur fein, nüchtern und urweitsam, was? Fisch. Es wird keinem an dem Gigi gesungen, was kündig aus ihm wird. Was war nun zu machen? Wieder umkehren und in mein Dorf zurückgehen? Da hätten die Leute mit den Fingern auf mich gewiesen. Reisende auf der Suche nach der blauen Blume. Untertitelung des ZDF für funk, 2017